Hallo und herzlich willkommen zurück zu Rust. Mit dabei sind der Bad. Hallo! Irgendwo in dieser verschollenen Welt, genauso wie der Avonacho. Ja, Lüde. Ja, ich baue hier jetzt gerade erstmal meine ersten vier Wände, damit ich einen kleinen Rückzugsort habe und ich habe schon wieder ein Holz. Und wie ihr seht, ich musste mir da eine kleine Stufe bauen, weil ich sonst leider nicht mehr in mein Haus gekommen wäre. Ich war hellauf begeistert. Das ist natürlich schwierig. Ja, ich baue ein Haus, in das ich nachher nicht mehr reinklettern kann. Du weißt doch, es gibt immer einen Weg. Das kennen wir doch aus, wo war das? Ich glaube, H1Z1. Aber hast du vielleicht H1Z1, wo wir denn nicht eingebrochen, sondern überbrochen sind? Wir sind weder eingebrochen noch überbrochen. Wir haben uns das Ganze einfach nochmal ein bisschen angeschaut, ja. Ein bisschen angeschaut, genau. Wir haben nichts kaputt gemacht. Wir sind ja eingeladen worden. Es waren sehr viele Menschen, oder? Ja gut, also das war eine Einladung. Uns quasi in der Treppe direkt da hinzustellen. So. Hör zu. So, jetzt muss ich mal gucken, was habe ich denn jetzt alle ein... Oh, ich habe einen Apfel eingesammelt und ich habe eine Dose. Okay, man kann an eine Tür klopfen. Das ist natürlich auch nett. Es wäre schlecht, wenn man es nicht könnte. Wie esse ich denn jetzt? Gar nicht. Man kann gar nicht essen. Ne, also wie gesagt, das Fleisch, das ich vorhin gesammelt habe, das ist auch weg. Ich laufe jetzt nochmal ein Stück und dann gucke ich auch mal nach Stein, weil den muss ich ja auch noch finden. Okay, ich sehe aber gerade, man kann doch essen. Und zwar, wenn man es im Inventar hat und man klickt einmal drauf, dann kann man auf Eat gehen. Und dann kann man es essen. Jetzt habe ich eine Apfel und eine Fischdose gegessen. Okay, ja gut, sowas habe ich nicht dabei. Studi-Blueprint. Keine Ahnung. Ich benutze... Das sind diese Teile, die du lernen kannst. Achso. Und was habe ich denn noch hier? Heal yourself or other with this styrene. Okay. Das heißt eventuell Hand, ja? Ich gucke mal. Okay. So, jetzt habe ich mein Häuschen gebaut, aber muss weiter. Das ist jetzt irgendwie auch doof. Okay, ich... Also, ich weiß nicht. Also, die Sache, dass der Stein und die Axt kaputt gehen, das ist ein bisschen schwierig. Also, wenn du mal wirklich nicht drauf achtest, dann hast du ja nichts mehr, um dir irgendwas abzubauen. Ne, richtig. Oh, was hat mich hier denn jetzt schon wieder... Nein, ich bin gestorben. Wieso das denn? Oh, den Wolf. Den Wolf von hinten. Hat ein Schwein. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass diese Stone-Axt auch mal einen kräftigen Rückschluss hat. Ich bin die ganze Zeit... Geht die Sonne... Geht die Sonne auf oder unter? Also, wir hatten noch keine Nacht. Also, wenn, dann sollte sie... Dann sollte sie untergehen, ne? Die sollte untergehen... Doch, die sollte untergehen, weil rechts daneben ist der Mond. Oh Gott, Schritt. Ach so, das bin ich. Okay, dann laufe ich in diese Richtung. Ich hoffe, das stimmt dann so. Nein! Ich bin rausgeflogen. Aus dem Spiel? Aus dem Spiel? Ja, worauf es denn sonst? Blöde Frage. Okay, jetzt wird es aber tatsächlich schwierig. Wieso? Ich habe mit so einer Stone-Axt... Habe ich... Ah, ein Fass! Habe ich auf einen Stein eingeschlagen. Und... Bei dem einen Stein schon ist die kaputt gegangen. Kann ich jetzt wegschmeißen. Die kann ich nicht mehr nutzen. Die ist kaputt. Aber du hast noch deinen Stein, ja? Ja, ein Notfall. Aber ich habe auch genug Werkzeug gemacht. Ich habe irgendwie... Bringt mir gerade nicht so viel. Was? Ich kann jetzt Shot-Hanmonie herstellen. Ach so. Toll. Ich freue mich sehr. Aber die ging ja wirklich mal extrem schnell drauf, ne? Das muss ich mal so sagen. Zu viel habe ich mir da... Doch ein paar Tonnen habe ich ja noch kaputt gemacht. Und, ähm... Ich sehe auch deinen... Ach so, muss man das erstmal irgendwie lernen oder so? Äh... Study Blueprint. Das sollte ich vielleicht mal tun. Also ich glaube, ich werde mir definitiv erstmal eine ganze Menge Stein und alles mitnehmen. Ach so. Einen Speer muss ich mir nochmal machen, damit ich mich irgendwie verteidigen kann. Also ich muss sagen, mit den, ähm... Wölfen und den Bären ist das unheimlich schwer geworden. Die sind ja jetzt auch mal richtig Gegner. Ja gut, das stimmt. Deswegen will ich mich jetzt auch gerade gar nicht beschweren, weil ich ja früher immer gesagt... Ja, klar, ich kann vom Wolf weglaufen. Ist logisch. Ja, ja. Der ist nicht schneller als ich. Hat sich was irgendwie. Deswegen werde ich mich jetzt auch gar nicht beschweren. So. So, habe ich genug? Ja. Ich habe irgendwie eine Axt aufgesammelt. Ich weiß nicht wie und wo, aber das ist zumindest schon mal nicht verkehrt. Ich wollte gerade sagen, das ist ja auch egal, wo es herkommt. Da fragt nachher kein... ...Weil mehr nach. Nee, ich... Ich tue ja auch so ziemlich alles, was ich an Tonnenlehem auf der Klocken und versuche immer noch ein Gebiet zu finden, was kein Schnee hat. Ja, ich laufe auch gerade wieder neben einem Schneebium längs. Ich bin auch nicht der Schneemensch. Ja doch, zu Weihnachten schon. Da kann ich mir eigentlich nichts schöneres vorstellen. Aber... Ich glaube, mein Speer da vorne ist ein Hirsch. Die kriege ich wahrscheinlich auch nicht mehr Speer, ne? Aus der Menüleiste kann man nicht essen, ne? Du gehst aufs Inventar. Naja, gut. Ja, gut. Das war klar, dass ich ins Inventar muss. Aber ich dachte eigentlich... Ich habe ja eine Weste. Schön. Jetzt habe ich schon mal eine Weste an. Nee, aber wenn du es in der Hand hältst, dann scheint das nicht zu gehen. Nein, jetzt läuft er weg. Bleib still. Jungen ist natürlich auch, dass man gar nicht angezeigt kriegt, ähm, bis das Item dann tatsächlich kaputt ist. Das Item, so ist glaube ich richtig. Ich kann ja einen Baum sogar komplett wegmachen. Oh, du bist hier. Doch, dass das Item irgendwann kaputt ist, ist gerade so angezeigt. Kriege ich? Ach da, dieser kleine grüne Balken. Okay. Aber ich habe jetzt einen Baum komplett weggemacht. Also irgendwann ist dann doch Ende. Ja, habe ich eben auch ein paar weggemacht, als ich mein Haus gebaut habe. Welches hier jetzt irgendwo steht und ich weiß nicht wo, weil... Nee, da ist mir das gebaut. Weil ich nicht weiß, wo ich wieder geswarnt bin. So, ich warte hier jetzt die ganze Zeit. Ja, ich hoffe, ich kann jetzt auch wirklich dieses Hirschgefies mit meinem Speer erledigen. Oh Gott, wie groß sind die Gebiete denn? Na, gute Frage. Soweit ich gucken kann, sehe ich hier nur Schnee. Warum laufst du schon weiter im Kreis? Aus irgendeinem Grund laufe ich gerade der Sonne entgegen, was ich gar nicht wollte. Aber jetzt sollte ich... Ja, ich sehe gerade, ich sehe gerade, dass ich die ganze Zeit falsch gelaufen bin. Oh, jetzt gibt das auf einmal Gas. Wo bist du hier? Also sobald ihr euch ein Stoneheadches machen könnt, macht euch am besten... Also die Sonne ist doch noch am Aufgehen. Nee, sie ist am Untergehen. Ah, gut. Ich habe das Gefühl, sie steht höher als eben. Oh, ich habe ein Kurzschloss gekriegt. Wahnsinn. Das ist genau das, was ich jetzt unbedingt brauche. So, da dürfte Eisen drin sein. Also ich habe noch gar nichts gewusst. Ich habe auch noch kein Tier gefunden. Ja, mein Tier ist mir eben weggelaufen. Aber ich habe hier noch eine Tonne gefunden. So, das hier scheint auch mehr Eisen zu tun. Oh, stopp! Mein Nut fällt mir davon. Okay, also die braunen, die dunkleren Steine sind auf jeden Fall schon mal Steinsteiner. So wie es ausschaut. Und die hellen sind auch Steinsteiner. Und Mittelohr. Ein Zufuhr. Und ein Kotschloss habe ich auch gekriegt. Und hier ist noch eine Kiste. Ich habe hier gerade das Gefühl, ich hätte eine alte Stadt gefunden. Wenn ich so gerade ausgucke. Sieht schon mal recht merkwürdig aus. Da war hier noch was. Da war noch was. Eine Wackel und eine Steinachs. Das ist doch schön. Da ist noch eine Kiste. Ich gehe jetzt die ganze Zeit Kisten looten. Und weiß aber gar nicht, ob ich jetzt wirklich in die richtige Richtung laufe. Aber wenn ihr sagt, die Sonne geht unter, dann... Ja, und da laufe ich jetzt auch gerade von der Sonne weg. Und das Essen scheint man sich ja momentan echt nicht kümmern zu müssen. Zumal man sowieso nichts sieht. Ja gut, aber auf der anderen Seite stellt man übers Essen, glaube ich, die Gesundheit wieder her, ne? Zum Beispiel, ja. Und da heißt es ja schon mal ein bisschen schlecht. Habe ich ja eben Glück gehabt, dass ich Pillen gefunden habe. Und jetzt habe ich irgendwie noch eine Radioaktivpille. Die gab es früher im Alten, weiß ich aber wirklich. Ist sowas von noch ein Maß? Ja. Also ich weiß nicht. Ich habe die ganze Zeit das Gefühl, ich laufe in die Falsche. Ein Flugzeug. Ein Erdwog, ja. Flugzeuge sehe ich hier auch. Zumindest ein Kondensstreifen an das Flugzeug. Es liegt bei mir gerade nach rechts, wenn ich das richtig sehe. Bei mir auch. Ja, so. Hast du das auch so einen riesigen Steinhof in deiner Nähe? Ach da. Definier mal riesig. Ein riesiges Feld voller Felsbrocken. Also jetzt nicht die Abbaubahnen, sondern so andere. Da habe ich welche vor mir gerade. Ganz viele Felsen. Lichtabbaubare habe ich vor mir. Im Schneegebiet? Ne, Schneegebiet ist daneben erst. Okay. Dann ist es nicht da, wo ich bin. Oh, ich sehe eine Erdwogkiste am Fallschirm hängen. Ich laufe mal direkt in die Richtung. Ja, also wenn bei euch beiden in Blickrichtung der Kondensstreifen von links nach rechts ging, dann bin ich jetzt nämlich doch in die falsche Richtung gelaufen. Ne, ich habe jetzt quasi Dämonen über mir und habe vor mir einen Fallschirm, wo ein Erdwog dran hängt. Und da laufe ich jetzt gerade in die Richtung des Fallschirms. Naja, beim Irsus sehe ich keinen Fallschirm. Das ist eigenartig hier. Oh, wo ist er? Mein Fallschirm ist weg. Der feste Überzeugung, ich muss in die andere Richtung. Na, ich nutze den jetzt quasi nur als Orientierung. Kein Fallschirm? Ja, ich sehe keinen Fallschirm. Also, dafür habe ich aber auch nicht genug drauf geachtet, ob oder wo da einer runterkommt. Aber der Witz an der Geschichte ist, soweit ich gucke, ich sehe nur Schnee. Also, ich bin wirklich irgendwie mitten im Schneegebiet. Was anderes sehe ich hier gar nicht. So, das muss jetzt erstmal reichen hier. Ich stelle mir gerade die Frage, wie das mit dem Wasser, also mit dem Trinken, ablaufen soll. Ich habe zwar irgendwann eine Wasserflasche gefunden gehabt, aber wenn man die einmal benutzt, ist die weg. Ja, ich habe jetzt außerdem, was man halt in den Tonnen so findet, habe ich auch noch nichts gehabt. Warte mal. Also, nach dem, wie gesagt, was ich vorgestern, glaube ich, habe ich ja mal ganz kurz reingeguckt. Und ich bin nicht verhungert. Also, mein Hungerbalken, der war komplett unten und wie er dann ganz unten gewesen ist, da hat er sich um ein Drittel oder was wieder aufgefüllt. Also, um etwa, oder auf etwa ein, äh, ein 100 oder so, oder 80, so um den Dreh. Wenn ich jetzt an dem orientiere, was ich jetzt habe und mich mal zurückerinnere. Äh. Oh, ich habe eine Straße gefunden. Ich hänge irgendwie. Ah, jetzt geht's wieder. Ich habe... Mein Loot ist weg. Mein Loot ist weg? Ja, ich habe eine Kiste, äh, eine Tonne kaputt gemacht und mein Loot ist einfach weg. Das ist eine Frechheit. Ich habe eine Straße gefunden. Okay. Hier sind so Strommasten. Oh, halt. Jetzt bin ich ja mal gespannt, ob da irgendwer kommt. Von wegen Straße und... Na Mensch, ich habe eine Jacke, aber, ähm, ich laufe unten rum immer noch recht unbedeckt rum. Und da ist die Erdwolltkiste. Und da ist gar keiner. Okay. Oh. Ich habe, ähm, noch eine Weste. Aber jetzt habe ich eine dicke Jacke. Was ist das denn? Das ist verwirrend. Was mache ich denn mit diesem Blutpack? Das kann ich dir nicht sagen. Keine Ahnung. Also, damals konntest du dir mit dem Bloodpack, ähm, Medikits herstellen. Mhm. Ich habe eine Knarre gefunden. Cool. Und eine Streitachse. Und, ähm, Use Medikit. So. Kann man die Kotschlösser stacken? Nö. Zwei Bögen habe ich in der Tasche. Und zwei Fackeln. Ich glaube, die Bögen sind wichtiger. So, ziemlich dunkel. Ja, das stimmt nicht. Jetzt hätte ich gerne meine Hütte. Oh ja, äh, arg dunkel. Ich habe mir gerade eine zum Glück gebastelt. Ich laufe einfach mal weiter. Ähm, wie mache ich denn meine Fackel an? Rechte Maustaste. Und damit machst du auch wieder aus. Allerdings, ähm, Fackel... Naja. Ja, ich weiß, aber... Ich mache sie wieder aus. Naja, gut, vielleicht lieber anlassen. Du siehst ja nichts, außer deine Füße. Da ist der Sonnenuntergang. Äh, verdammt. Definitiv. Ist hier wirklich nichts. Ne, eben, das ist die Hälfte ja auch an. Das heißt, hier muss die Sonne ja aufgehen. So, Punkt. Ach, ein Wolf. Geh weg, du Wolf. Geh weg. Wolf haut ab. Das ist gut. Okay. Na super, der hat mich zweimal gebissen. Und ich verliere Leben. Das ist schlecht. Ja, ich verliere immer noch Leben. Und gleich bin ich tot. Ja, das hört aber nach einer Zeit auf. Nö, ich bin tot. Ich weiß ja nicht, wie viel... Oh. Na gut. Respawn. Na ja, ich hatte gerade das Use Medikit genommen. Ich denke mal, das war ein großes grünes. Da werde ich wohl ziemlich gut bestückt gewesen sein, was die Gesundheit betrifft. Habe ich nicht drauf geachtet. Aber, ähm, ja, hat mich der Wolf zweimal gebissen und dann, äh, Ente. Ja. Und jetzt ist dunkel und, äh, na ja. Und schwierig. Lass mich mal draußen mal das Lagerfeuer an. Vielleicht seht ihr mich ja... Naja, ich muss erst mal gucken, wo ich bin, wenn wieder hell ist. Ich weiß ja noch nicht mal, wo du bist. Ja, aber vielleicht durch Zufall irgendwie. Dazu müsste ich eine Erhöhung haben. Äh, verdammt. Also so wie es rauszieht, bin ich wieder direkt am Meer. Würde ich mal so machen. Achso, ne, das ist nur eine Kiste. Äh, eine Tonne. Ähm. Dann sag ich immer Kiste. Aus. Ja, ist sehr eindrucksvoll, wie er die Fackel ausmacht. Muss ich auch sagen. Kaputt. Wo ist der Loot? Ich hab jetzt natürlich ein kleines Problem. Jetzt ist mein Loot wieder weg. Ist das ein Stein? Ach, Manu. Wie, du verlierst deinen Loot? Ja, aus den Toren. Dann ist da einfach nichts drin. Das find ich gemein. Das ist schlecht. Da musst du mal gucken, die drucken so kleine Säckchen. Ja, ich weiß. Das ist ja nicht die erste Tonne, die ich kaputt gemacht hatte. Das weiß ich ja nicht. Ich weiß. Es ist jetzt natürlich die Frage, wie lang ist die Nacht? Weiß es nicht. Also maximal zwei Minuten. Ich weiß, wie lang diese Folge schon ist. Ja, unsere Nacht ist maximal zwei Minuten noch. Ach, das ist nun da wieder drin. Jetzt hab ich auch noch einen Bär, der mich haut. Oh, ich hab Angst, Will. Und ich kann mir eine Laterne herstellen. Eine Laterne? Ja. Laterne, Laterne, Sonnen, Mann und Sterne. Ist der Bär jetzt weg? Das ist ja echt mal bescheiden, ne? Also, du stehst hier halt dumm rum und plötzlich hast du diese wilden Tiere an dich dran. Und du siehst sie ja nicht mal. Die kommen ja auch noch immer von hinten. Hm, wem sagst du das? Alexi. Ja, erzähl, jetzt muss ich erstmal einen Stein suchen, dass ich jetzt nur einen Ex kriege. So, aber ich würde mal sagen. Ja, kommen wir zum Ende. Ihr wirst bescheiden. Weil die Nacht ist eh da. Mhm. Und man sieht nichts. Außer Blut, oder wie? Mein kompletter Bildschirm. Okay. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, so die Grafik, wenn man in der Hütte drin ist, die haben sie echt gut hingekriegt. Das sieht gut aus. Ja, es ist schön, dass du noch deine Hütte hast. Meine steht irgendwo und ich weiß nicht wo. Und keiner gießt die Blumen. Und ich weiß nicht mal, wo ich denn hier bin. Ach, das weiß ich auch nicht. Macht dir nichts draus. Weißt du, dass ich, so wie es ausschaut, eben irgendwo am Meer bin. Aber alles, was ich hier so an Stein sehe, kann ich nichts abbauen. Ich bin noch nicht mal am Meer. Und dann kommt immer ein böser Meer. Aber wo wir sind, finden wir in der nächsten Folge raus. Wenn euch diese Folge gefallen hat, schreibt was in die Kommentare. Gebt ein Däumchen nach oben. Abonniert, falls ihr es noch nicht getan habt. Und falls ihr es noch nicht getan habt, schämt euch. Damit könnt ihr aufhören, sobald ihr es getan habt. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Tschüss. 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 Tschüss.